Das ist Emil Panath, 53, Dreher bei der Kelag-Werkzeugmaschine. Als seine beiden Söhne aus dem Haus waren, hat er sich hier draußen ein Siedlungshäuschen erworben. Er stammt aus Ostpreußen. Pünktlich 6.21 Uhr, wie jeden Morgen, rollt Emil Panaths Zug aus dem Bahnhof. Ist doch immer dasselbe, Mord und Totschlag. Er fährt nur auch schon die ganze Zeit immer in dem gleichen Zug. Bald sieben Jahre habe ich nun das Heißchen schon hier draußen. Na nö, der Lorbas fährt auch wieder mit der Bahn. Hat doch so angegeben, mit seinem neuen Auto. Das ist ein Siedlungshäuschen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018